nächste folge und das immer auch schon wieder hallo und willkommen zurück zu metro der papa obermützikein mützikein der obermotz ist da durchgelaufen ich habe keine ahnung wohin ist das wird um umso spannender wo er ist oh mann okay ich nicht auf doch sagen hat mich gewundert die durchgelaufen anscheinend die kommen auch noch dazu umso interessanter wird das ganze jetzt ja ist ja schick verpiss dich oh papa mozzi ist da hi papa bis papa oh mich den überhaupt tun jetzt mal ganz doof gefragt er scheint ja schon etwas böse zu sein wasser ich habe die die zack wauw OH Schi zack zack wenn du das ein das die Okay. Hilfe! So. Oh, 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 oh. Oh? Okay. Oh, oh! Oh, oh! Oh oh! Oh oh! Oh! Alle Wege führen zu Oktyabrskaya. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters. Lesnitzki. Das ist richtig. Wir müssen Anna retten. Auch wenn ich hier immer noch nicht so wirklich traue. Hallo. Schöne Welt. Gut. Dann sammeln wir mal uns. Laden alles nach. Und sind gespannt, was uns hier erwartet. Da erwartet uns schon mal nix. Das ist Anna. Das ist Anna. Wird da Anna sein. Ja, wie ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen Sie mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass Sie eine Gasmaske drägt. Wenn Sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behalte sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir gefällig sind. Wir helfen dir, Anna. Wir kommen. Hm? Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht halten. Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die Abwette mitzustoffen. Und ihr seid alle infiziert. Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Aber wir haben nicht einmal Fieber. Wir sind... Kannst du denn gar nichts treiben? Nicht einmal aus dieser Entfernung. Unglaublich. Hach. Was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest. Hm. Nicht schön, nicht schön. Was haben wir denn hier? Oh. Da wurden wohl auch schon einige niedergemetzelt. Oh. Das hat sich erledigt für euch. Okay. 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 Ganz klar alles mit. Was ist denn das für eine Waffe eigentlich? Achso, das ist die für die andere Munition, ne? Ist die so? Zeig mal her. Ach, das ist so eine Luftdruckwaffe. Hm. Äh, lass mal. Ich bleib dann doch lieber bei der. Einfach niedergemetzelt. Von heftig. Was hier so passiert, ne? Ja. Gehen wir mal weiter. Wir müssen Anna retten. Ganz, ganz wichtig. Müssen sie befreien. Wir müssen wir hin. Wir kommen Anna. Und geschlachtet. Ja, gut. Hören Sie auf der Quartel, Soldaten. Wir haben zu wenig Leute zu entlassen. Also gehen Sie, entholen Sie diese Feuerwehr zackig. Sie sollen in zwei Minuten am Lager sein. Los. Jawohl. Äh, dieses Arschbar. Ist doch gar nicht aufgefallen. Okay. Wir haben die Böse wie die Schütze. Aber doof sind sie trotzdem. Die Böse wie die Schütze wie die Schütze wie die Schütze wie die Schütze. Oh mein Freund verwundet oder tot? Gut. Die Option haste. Wird er verwundet sein oder was mir lieber wäre. Wer ist hier? Komm. Komm. Also sollen wir nach ihr suchen? Ja. Lasst uns gehen. Vergesst aber nicht euch gegenüber die Deckung zu geben. Genau. Richtig. Ja. Wo kommt ihr raus? Da oder da? Wir bleiben jetzt da drüben oder was und gucken da um. Ja. 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 Ja.